Willkommen zurück zu Borderlands 2 mit dem Permo und dem Jens. Sag mal hallo. Hallo. Wir spielen heute Highlander, nein Borderlands 2 in Highlands. Und es geht einfach mal genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Sozusagen fast. Sozusagen fast. Ja, sozusagen fast. Die aktuelle Quest ist Slappys Unhappy End. Wir müssen einen Arm platzieren. Was müssen wir irgendwo hier machen? Hier in dem Gebiet waren wir auch schon mal gewesen, gell Kahn? Ja, da sind wir da über diese komische Gondel gefahren da hinten. Naja, richtig genau. Diese unlösbare Quest, die du dann gestellt hast. Ja, das war schon seltsam. Guck mal, du hast ja schon wieder was hier. Vor Aufnahmestart hat der Permo schon wieder was geedit. Ja. Ich erlöse den mal da hinten, den armen Kerl. Ach nö. Das Ding war nämlich, dass der Jens hier unten gespawnt ist. Und ich, als ich da hier im Spiel nachgejoint bin, am anderen Ende der Welt. Lügen. Alles Lügen. Was? Glaubt ihm nicht. Glaubt ihm nicht. Natürlich. Natürlich glaubt mir. Wir müssen in den See rein, gell? Wir sind Kisten. Wo? Was? Hier gibt's Geld. Oh, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Kisten und Geld ist genau mein Ding. Bring jetzt hier rein. Ja, Roligo. Ab in die Säure, oder was? Äh, ja. Knöcheltief. Naja, knietief. Ähm, wir müssen nur den Arm platzieren. Ich mach das mal, ich mach das mal. Mach das mal. Spuke. Oh, oh. Das ist der Duft eines Gentleman. Wurde, was? Oh, oh. Ihh, was ist das? Oh. Mach's weg. Okay. Weg. Geh weg. Geh nicht weg. Ja, aber mach's weg. Das macht mir Angst. Was war das? Bitteschön, bitteschön. Dankeschön. Ich hab's weggemacht. Da kommt ein Badass. Hüte dich vor Slappy's Tentakel. Wtf. Du kannst die 20 Schicksal, aber sie regenerieren sich mit der Zeit. Alter, der macht Schaden ohne Ende. Ohne Ende? Ja, ich bin schon fast down. Gott. Schieß da mal mit meinem Raketenwerfer drauf. Die Augen. Ziel auf die Augen. Auf die Augen schießen. Watt für Augen, ich bin tot. Oh, oh. Oh, stimmt doch nicht. Scheiße. Was ist mit dir? Ich bin tot. Was ist mit dir? Da bin ich wieder und gleich wieder tot. Toll. Jetzt doch mal weg geht's hier. Also, wir machen das so. Verwirrtaktik. Ich lenk ab, du schießt und tötest. Ich schieß und ich versuch zu töten. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, ich bin auch gleich tot. Wie kommst du eigentlich immer wieder? Ja, ich tötete die Tentakel. Ah, ganz klar. Die haben nicht ganz so viel Leben. Dem Todentkommen, um dem Todentkommen zu sein. Ja, du hast die Freerzeit. Jetzt, jetzt geht's. Ja, keine Schuld, der inlappt. Ich bin, ehrlich gesagt, etwas unterwältigt. Hier. Oh, das wäre Redium. Ja, guck doch. Hol meinen Arm und komm bei Gelegenheit zurück. Oh. Oh, guck dir mal die Pistole an. Schlecht, aber die macht 262 und die, die ich jetzt hab, macht 236. Die 236 macht meine auch. Ja, du hast ja dieselbe, ja genau. Ein Duell. Nein, kein Duell. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, gegen Karbo gewinnt man nicht, das Spiel ist total unverwendet. Das ist voll schlimm. Was ist denn mit der Schrotwinkel? Die ist eigentlich schlecht. Ja. Und die Pistole nehm ich auch mal mit. Ja, mach das mal. Achso, hier, Dings. Ich hab hier irgendwas aufgenommen. Was Liedernis. Was Liedernis. Liederleuchtenis. Alter, alter Lila-Klaue. Kriegst du nicht. 951x9 Granaten-Mod. Äh, äh, warte mal, ich hab doch diese eine da letztens gekauft gehabt an dem Automaten. Ja genau, die hat doch irgendwas mit 1000... 1393x8. Ja, dann ist das meine. Herzlichen Glückwunsch für die neue Granaten-Mod. Yay, Party, Granaten-Mod-Party. Achso, wir müssen den Arm wieder abholen. Eih, du witzig ja hier. Der Arm. Hätten wir den vergessen, der gute, der gute, die gute Hammerlocke. Die Hammerlocke, genau. Die arme Hammerlocke. Ohne Arm kommt der doch nicht mehr klar. So, was denn jetzt? Äh, zurück, zurück zur Realität sozusagen. Arsenal-Leiter. Oh ja. Immer schön dem Klamour hinterher. Bitte mein Rock. Ach nee, ich hab aber überhaupt keinen Ab... äh, an. Ha, ha. Ach, Mann. Dorn, F. Was, F? Was ist denn auf F? Ja, nichts. Also, die Kraft halt. So, äh, ja, stimmt. Aber da drück ich halt immer drauf. Eih, 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 eih. Ist jetzt wieder zurück? Haben wir jetzt hier noch eine Quest? Oder wie machen wir das jetzt hier? Also, ich hab keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Wir haben viel zu lange nicht mehr gespielt. Wir haben jetzt fast zwei Monate nicht gespielt. Oh ja, ey. Du darfst kein erzählen. Was? Niemand hat was erzählt. Pssst, das wird alles rausgepiepst. Piep, 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 piep. Pass mal auf, da finden dann den Leuten auch irgendwelche Morse-Codes raus. Ja, genau. Das wäre Gaming Bros. Weltverschwörung. Genau, ja, mindestens. Was denn hier? Oh, guck mal, hier ist so ein Scheißer auf dem Marshmuck-Brot. Mach mal lieber die Stalker kaputt, weil die mag ich nämlich nicht. Rot. Gut, guter Mann. Bester Mann. Ja, diese Dinger, ey, wie ich sie hasse. Wie er da oben chillt. Ich muss die eigentlich schon die ganze Zeit angreifen. Ich kann die auch nicht mehr verschwinden. Ja, einfach mal sehen. Oh, wo ist er hin? Wir sind da oben. Nein, jetzt renn doch nicht weg. Ja, aus der Hüfte. Aus der Hüfte habe ich ihn gesleckt. Zack. Yeah, was geht denn hier ab? Äh, Conat Mut. Sehr gut. Hey. Der ab geht. Hey, warte mal, hey, chicken, hey, chicken, hey, chicken. Welte mehrere Sticky Homie, was macht die jetzt? Warum sind sie Sticky Homie? Was für Sticky Homie? Ach, die breiter so, Sticky Homie, die breiter so ab und... So Bouncing Betty-like, oder was? Ja, genau. Oh, guck mal hier. Mal 9 oder mal 8 oder mal 7? Mal 9... Mal 9. Krasse Scheiße, nein. Das heißt, sie hat 1,4 Sekunden, wo sie rumfliegt, also keine Zündung hat, und dann springt sie da so rum, und sobald sie ein Kind hat, trifft, glaub ich, explodiert die. So, irgendwie sah das grad so aus. Ja, oder auch nicht. Oh, ist das... Och, ich schief's noch. Machst du jetzt schon das gleiche wie ich immer, oder was? Ja, ja, genau. Ich bin nur hier der Ninja-Looter. Ich hab, glaub ich, irgendwie, äh, bei D-Technical-Skin, kaltes Aluminium. Warte, 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 pssch, nicht so weit vorgehen, da ist einer. Nix, nix machen, nix machen, der versteckt sich, der versteckt sich. Zack. Nein, wird stehen. Bleib stehen. Oh, oh. Hey, die hab ich ja wo getroffen. Was kacken die eigentlich, denn für ne Scheiße. Kacken die für ne Scheiße. Ja, die schmeißen doch irgendwas ekelhaftes nach uns. Ja, das sind die Nadeln. Heiß ja nicht umsonst Nadel-Stalker. Das ist doch alles ne Lüge. Was mit ihm? Das ist ne Lüge. Ah, nein. Nackte Tatsache. Nackt? Ih. Ih, nackt. Oh, hier... Guck ich gar nicht, glaub, mit der... Wo sind hinten? Äh, 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 mit der... Na, hier, Sniper. Ja, da musst du schnell sein. Da musst du gut sein, der Sniper. Rarara. Rarara. Habe ich lieber die Pistole. Die hat auch ein Zielfernrohr. Und, äh, hat eine wesentlich höhere Schussfrequenz. Wo ist er denn? Ah, hinter dir. Zwei, es sind ja auch zwei. Natürlich sind es zwei. Es sind immer zwei. Immer. Grundsätzlich. Wo ist der Zweite? Ja, aber der Zweite ist nicht. Guck ich, oder? Da ist er. Ich bin Fallen noch getroffen. Tot. Der ist tot. Der gibt's gar nicht. Es gibt gar keinen Zweiten. Doch, du und ich. Da fällt mir nur ein, du Lügner. Du Lügner. Du Schelm. Was, du Schelm? Du bist ein Schelm. Du Schelm. Du Schelm. Du Schelm. Nein, du Schelm. Nein, du Schelm. Das ist wie, äh, ich leg zuerst auf. Nein, ich, äh, nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, ich. Nein, du. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Was ist denn hier? Sanctuary. Sanctuary. Das kann auf jeden Fall nicht, äh. Ja, du bist in einem Menü. Bin ich nicht. Stehen die ganze Zeit rum. Das stand aber da ganz, ganz, ganz deutlich. Das muss ein Bug sein. Ja, glaube ich auch. Ganz großer Käfer. Hast du letztens auch irgendwann gebracht mit dem Käfer. Hm. So, äh, 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 zur Amalocke. Aber vorher nochmal hier die Kartons von den Leuten, die gerade umziehen. Ausräubern. Sieht doch gar nicht um. Die ziehen doch alle aus. Du kannst ebenso gut gleich aufgeben. Wenn du das machst, mach ich das, was ich immer mach. Wie ich immer bin. Keine Ahnung, was du immer machst. Man weiß. Nein, durch die Gegend laufen. Äh, Drohnen onanieren noch nicht. Das ist richtig. So, ich geh mal die Quest ab. Gibt eine Schrotflinte als Belohnung. Wissenschaftlich betrachtet war es vermutlich keine gute Idee, Old Slappy umzubringen. Rache-technisch danke ich dir für deine Hilfe. Na, aber gerne gesehen. Äh, gerne doch. Aber gar kein Problem. So. Gehurcht gar nichts. Ich hab gar keine Dings. Ähm, keine Sound-Files von dem Quest gerade. Äh, äh, äh. Was? Also. Also du hast jetzt nicht gehört, was er gesagt hat, aber gelesen. Genau. Nein, auch nicht. Weil ich ja gerade hier in dem Kleiderschrank hänge. Ach, du heiliger. Jetzt geht das wieder los. Ich bin schon fertig. Ah ja. Ich hab gerade, äh, was war das hier? Schrotflinte war das gewesen? Ähm, 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 E. Vergleichen. Oh, die ist ja echt gut. Schrotflinte. Ich hab keine Schrotflinte. Gegenschild. Okto heißt neun. Clue, Light, Okto. Hab ich bekommen. Ach, da oben. Wie sie da oben ist. Ähm. Ja, nee. Also, hm, vielleicht. Bei Umständen bin ich sicher, aber beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja. Elferidium. Ach, ja. Läuft, hm. Gibt ja einen neuen, äh, ein Update kam ja raus für Borderlands, ne. Was, Mann. Iridium Update, also hier Schwarzmarkt Update. War jetzt 1.3 oder sowas. War 1.4, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ja, ja. Da haben sie halt für die Leute, die halt zu viel Iridium haben, nochmal ein, kaufbares Ding draufgelegt, sag ich mal. Kannst zum Beispiel noch für einen Rucksack, ähm, drei Plätze kaufen. Wenn du 50 Iridium hast. Wiss ich. Ja. Ich hab nicht ewig Zeit, kein Klecker. Alter. Ganz komisches OSA. Ja, ich seh's gerade. Ja, für Sniper auch, wenn ich nochmal zwölf mehr habe, haben wir auch nochmal 50. Ja. Das ist halt für die Leute, die ein bisschen viel Iridium haben. Wer hat denn so viel Iridium? Ja, du kannst ja die, du kannst ja die Bosse immer wieder legen. Ey, du kannst ja Iridium farmen. Ja, gut, okay, aber trotzdem, wer macht das? Welche, die mit dem nächsten Add-on halt top-equipped reingehen wollen. Wir sind auch top-equipped. Nee, sind wir nicht. Das ist richtig. Ach nee, die lädt sich hier auch so rum nach. Wer lädt so rum nach? Ich mag das nicht mit dem Weckschmeißen von den Waffen. Oh, ja. Ich kann das irgendwie nicht, wobei es beim Raketen-Lerf extrem cool ist. Du hast sozusagen einen Schuss plus oder eine Explosion plus. Ja, ja, einen Schuss plus. Ja, ich finde es halt nur cool, wie es beim Raketen-Lerf ist, weil du zielst und dann schmeißt du das Ding los und dann fliegt das halt wie so eine Rakete. Ja. Das ist halt ganz cool. Cool, cool, heute ist es halt, das nehme ich mal. Was machen wir denn jetzt? Hast du jetzt nur die abgegeben? Ja, ja, ich habe nur die abgegeben. Wild Life Explanation Preserve. Äh, The Fridge. Lass mal zu The Fridge gehen. Moment, ich glaube, ich gehe erstmal zum Safe und lege erstmal ein bisschen Waffen ab. Oder Wild Life. Ja, such mal fest draus. Oh, Ridion, hast du gesehen? Bam, bam, bam. Was? 1x4 und 1x1, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja, 1x4 und 1x1. Z. Was ist das her? Sag ja, beim, äh, bei uns sozusagen, bei unserer Hut. Ja, bei unserer Hut, da, wo die Waschmaschinen sind, meinst du? Nee, die Schränke daneben. Ja, wo die Waschmaschinen sind. Ja. Ja. Halt gegenüber. Oh, Badass Token muss ich auch mal hinlösen. Okay, soviel zu dem Thema Safe. Safe ist voll. Aha, Safe ist voll. Großmisten bei Gelegenheit. Achtung mal. Hat bestimmt niemand was dagegen. Ja, aber das ist manchmal Offscreen. Offscreen? Offscreen. Ah, ja. Gut. Ja, dann. Ähm, ich würde sagen, wir machen die Quest, die gerade aktiv ist. Das Wildtierreservat und Risiken und Nebenwirkungen. Mach mal einfach mal. So, das ist, ja, oder wir gehen zu Refuge, weil das ist ja Story-Modus, äh, Story-Quest da unten. Ja, mir ist egal. Ja, lass zu Refuge gehen. Ah, okay. Kennst du meine Freundin Lainey? Mann, die ist perfekt. Jo. Blond, heiße Figur, nur entfernt verwandt mit mir. Heiße Figur, der Haken, diese Ressour-Modus hat mir eine Gehirnwäsche verpackt. Ah, ja, lass ihn labern. Könntest du nicht den Scooter einfach so ins Wort fallen? Den Scooten-Scooter? Scooten-Scooter. Scooten-Scooter. Ähm. Ich weiß, wie weit muss ich mir wegfahren? Oh, ja, das ist ein Stück, das... Da lohnt sich auf jeden Fall ein Auto. Wenn ich denn jetzt hier... Ach, da hinten war noch nicht schuld, war ja, wo die Ecke rum? Äh, lang, lang ist ja. Ewigkeiten, das ist ja. Schlimm. Ich nehm jetzt einfach mal irgendein, äh, Fahrzeug, scheißegal. Okay.